Also wir alle drei kommen aus Moskau. Wir kennen uns aus den Moskauer Jugendtagen. Und jetzt zieht es nach Berlin, weil wir beschlossen haben zu sagen, okay, wir suchen eine neue Heimat. In Deutschland geht es gerade richtig ab, da ist die Mauer gefallen. Wir haben hier Andrei, also die Rolle von Christian Friedl, sieht nicht wirklich ein Ziel in Russland. Misha will Musiker werden, das kann man dann auch woanders. Und ich habe halt gesagt, gut, okay, alles klar, warum nicht nach Deutschland gehen? Da bin ich vom Pennern wie von uns, wie mein Vater so schön sagt im Film. Und so beschließen wir halt, uns auf den Weg zu machen. Also ich fand den Satz, Deutschland ist die bessere Aussichtslosigkeit, fand ich ganz gut.